Ah, hallo. Sie müssen der Neue hier sein. Charles hat mir von dir erzählt. Sein Neffe, richtig? Richtig. Ich suche den Bürgermeister. Du stehst ihm gegenüber, mein Freund. Bürgermeister Matthew Cunningham. Das bin ich. Du arbeitest in der Mühle unten am Fluss, nicht wahr? Ein herrliches Stück Land. Einfach herrlich. Aber darüber reden wir später. Was kann ich für dich tun? Charles sagte mir, es würden ein paar Bretter benötigt. Ist das richtig? Das hat sich leider geändert, mein Freund. Schau dir das an. Dieses Hotel sollte vor einem Monat fertiggestellt werden, aber James hat es nicht rechtzeitig geschafft. So musste ich seinen Vertrag kündigen. Nutzlos. Völlig nutzlos. Er sollte Müll sammeln, nicht Häuser bauen. Nun, vielleicht kann ich helfen. Das ist möglich? Interessant. Ich dachte, du bist ein einfacher Holzarbeiter. Aber offenbar hast du auch andere Fähigkeiten. Also gut, versuchen wir es so. Diese Residenz muss zumindest vorerst repariert werden. Nutze den Hammer, repariere die Löcher, wie auch immer. Mache es schnell. Ich zahle bar, keine Sorge. Einverstanden? Abgemacht. Hi Leute und herzlich willkommen zu Lumberjack. Wir machen jetzt mal eine kurze andere Mission vom Bürgermeister. Weil, ja, die Sachlage mit dem, ähm, ach, mit dem Logan, sei die schmutzige Ohrgelegenheiten mit dem Wald. Das wird eine längere Sachlage. Da muss ich erstmal noch en masse Bäume wegfahren und so weiter. Und dafür bräuchte ich mal einen besseren Traktor und einen größeren. Und ich hoffe, dass der Bürgermeister uns was an gut Patte-Patte gibt, also gut Geld, dass wir uns das leisten können. Deswegen machen wir jetzt mal was Besseres, weil mit dem kleinen Traktor fahre ich all, ja, zu oft und zu langsam. Deswegen wollen wir mal ein bisschen Geld machen. Ne? Ja. Aber es geht bald weiter. Teil 2 kommt. Also freut euch drauf. So. Ähm, ja. So. Wir sollen jetzt hier, wie ihr schon gehabt habt, bei einem Bürgermeister das Hotel hier reparieren. Dann machen wir das mal. So. Reparierstunde wieder. So. Auf euch geht's gut. Ne? Ähm, ja. Ihr habt's ja gelesen, hoffe ich mal. Mit den, 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 bei uns. Gibt's am Heiligen Abend einen Stream? Ja, ich hab mit dem Mini die ganze Zeit besprochen und geredet und gequatscht, welche Art Überraschung wir machen. Ob wir die machen, die geplant war, aber das fand ich nicht so toll. Und, ja, dann sind wir auf einen Nenner gekommen und haben gesagt, wir machen am Heiligabend einen Stream. Die Uhrzeit ist deswegen so spät, weil wir ja natürlich auch noch essen wollen und dann die Kinder ihre Geschenke verteilen wollen. Und alle drum und dran. Und ihr, denke ich mal, auch noch bei eure Familien seid und so weiter und so fort. Und deswegen haben wir die Uhrzeit genommen. Ähm, ich denke mir mal so 21 Uhr ist eine Zeit, da müsste jeder eigentlich auch Frieden und Ruhe zu Hause eingekehrt sein, dass man in Ruhe einen Stream gucken kann. Also von da aus ist eigentlich eine gute Uhrzeit. Deswegen haben wir die genommen. Und wir spielen in LS22, wie schon angekündigt. Ja. Und was da genau für eine Karte. Das kann ich natürlich nicht sagen. Das weiß ich nicht. Wir sind dann überlegen, ob wir die Niemandsland weitermachen, das Survival dann. Oder ob wir unseren Spielstand, den wir neigemacht haben, in Erlengard weiterzocken. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben und mal sagen, was wir da so zocken wollen und euch zeigen sollen. Natürlich, wenn ihr eine bessere Karte habt, sondern eine schönere. Zocken wir mal die. Gibt es ja genug. Also, umgebaute Karten. Neue Karten leider noch nicht richtig neue, aber ansonsten umgebaute gibt es genug von. Schreibt es in die Kommentare und wir schauen uns die mal an und gucken, ob wir die zocken wollen. Und wenn ja, dann werden wir wieder dieses tun. Ja. Das haben wir so vor. Und ja. Warum nicht, ne? Kleinen Weihnachtsstream. Ist doch auch mal schön. Ich bin da nicht überrascht, ne? Ich bin da auch nicht überrascht. Und wer musste es ja tun. So. Ob wir jetzt, äh, heute noch ne Folge kommt oder nur eine Folge kommt. Äh, also Lombard, der kommt sowieso nur eine Folge. Aber ob heute noch Powerwash kommt, das weiß ich nicht. Ähm, wir sind, wie gesagt, ich nimm das jetzt gerade eben auf. Aber, ja, du darfst dann schneiden noch und hochladen und allem drum und dran. Und dann müssen wir auch noch zur, unsere, wie wir ja gesagt haben, das ist jedem selbst überlassen. Wir sind halt so, manche sind so. Das lassen wir jeder selber selbst entscheiden, aber wir müssen dann zu unserer Boosterung. Und, ja, nochmal schauen, wie wir das so vertragen. Ähm, ja. Deswegen. Nicht flamen, nicht hassen. Leute, jeder kann das selbst entscheiden für sich. Jeder soll das für sich selbst entscheiden. Und fertig. Jeder hat dazu seine Meinung. Aber das ist hier auf dem Kanal auch sowas von Sturzpiepen egal. Ja, ähm, ja. Ach ja, wir haben ja 18 Abonnenten, ne? Ja, wir haben wieder welche dazugekriegt. Das ist schön. Dann willkommen auf unserem Kanal. Also, nochmal an alle unsere 18 Abonnenten. Willkommen auf unserem Kanal. Egal, wir spielen hier, ähm, jegliche Art von Spiele. Egal welche. Ihr könnt sogar Spiele vorschlagen, die wir mal anzocken werden. Um zu gucken, ob man da ein komplettes Let's Play draus macht. Ob sich das lohnt. Gerade im Moment läuft es den Lumberjack etwas schleppend. Aber das wird auch sich irgendwann wieder ändern. Und wenn nicht, habe ich jetzt so viele Folgen auch davon gemacht, dass ich hier weiter machen werde. Und dann, ja, freue ich mich, um über eure Kommentare zu lesen. So. Ekelhaft. Ich bin hier ekelhaft. Ich mache das fast immer so. So schlimm bin ich auch nicht. Ähm, hier. Ja. Ich hab nix gehört. Hat die verzählt, hä? Nein. Wer ist da neben mir gesprungen? Oh weh, jetzt geht das wieder los. Er kann es einfach nicht für sich behalten. Na. Dann erzähl ihm nix. Kann er es auch nicht für sich behalten. Da, hier. Und hier. Und hier. Halt. Ja, das ist kein Spaß. Nö. Seltsam. Tolles Geheimnis. Das weiß doch jeder. So, mal gucken, wenn wir endlich mal anfangen können zu streichen. Das wäre mal eine Idee. Das würde mich mal interessieren, weil hier steht ja. Äh, warte mal, wo war das Mechaniebauer? Erbauer, genau. Hier verputzen und verstreichen. Was müssen wir dafür tun, um das zu können? Das würde mich mal interessieren. Alpen, wer das will, schreibt mir das in die Kommentare. Das würde mich mal interessieren, was man dafür machen. Welche Mission oder was man da genau für machen muss, um das zu können. Ob man da den kompletten Hof um neu gebaut haben muss, mit neuen Brettern oder keine Ahnung. Das würde mich mal interessieren, um das zu tun, um das zu tun, um das zu tun, um das zu tun. Das würde ich das zu tun, um das zu tun. Der ist etwas. Ah, da. So, hier noch schnell den Boden reparieren, dass er genau durchfällt. ja Bald schon repariert, ne? So, hier die Seite haben wir. Jetzt bestimmt noch die andere Seite. Ja, klar. Heute ist mal ne stille Runde. Da wird nicht viel gequasselt. Sie sind immer nur am Arbeiten. So bin ich halt. Bin ich immer der große Redner. Außer die Mine ist dabei. Dann habe ich immer zu quatschen. Aber ansonsten... Ja, muss man ja nicht, ne? Manchmal interessiert einem auch nur das Game. Hopp. Und Sprung. Ja, ich weiß, ich könnte mir auch eigentlich einen Leiter oder so ein Gerüst aufstellen, aber habe ich jetzt keinen Bucke zu. Und solange das geht, ist das einfacher. Ne. Ja, ich weiß, ich sage sehr viel so. Ähm... Was habe ich? Das habe ich... Hier noch. Dann die eine Wand dann noch fertig. Oh, das hat jetzt eine komplette Volkfass gebraucht. Denkt man gar nicht. Ich dachte, ich könnte mal eine kleine Zwischenmission machen, aber... Wird doch eine komplette Folge. Oh weh. Hm? 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 Das war's für heute. Das haben wir. So, haben wir es noch jetzt, oder? Noch dieses Geländer hier und dann fertig. Oder doch nicht? Ah, doch hier. Oh, da. Das haben wir hier vergessen. Da ist ja noch was. Oh weh. Da haben wir noch was. Ach, nö. Doch noch mehr. Glaub, da kommt ich nicht an. Nein. Da muss ich doch ein Gerüst aufstellen. Bleibt mir nichts anderes übrig. Hier, hier. Da ist er mal. Immer noch nicht fertig. Das gibt's doch nicht. Da war doch nichts mehr. Hier ist nichts. Hier unten ist nichts. Äh. Ist da noch was auf dem Dach oder sowas? Nein, geh jetzt da hoch. Kann ich behaupten, dass ich überrascht bin. Nö. Da ist nix. Ah, hier haben wir noch was. Ah, hier haben wir noch was. Guck mal. Da hat sich was versteckt. Jetzt haben wir's. Ich mache das fast immer so. Ach so. Ach so, da sind wir auch noch ein paar rein oder was? Ajo. Uah. Leute. Okay, heute wird's ne längere Folge. ein klein bisschen. und und ich krieg ja gut was an geld und nicht nur so ein paar kleine euros ich glaube ich bin fertig gar nicht so schlecht das ist beeindruckend und wenn das von mir kommt dann bedeutet das etwas bargeld wie versprochen bleib hier vielleicht habe ich mehr arbeit noch mehr wenn du dich als vertrauenswürdig erweist klar was ich meine oder das hat er was gegeben da fehlen es noch 7000 die werde ich offscreen machen und dann können wir uns einen kleinen traktor kaufen das ist doch schon mal was so genau okay das war's für heute lasst ein like da wenn es euch gefallen hat denkt schön an das abonnieren noch zwei leute zwei es wird immer immer mehr immer mehr dann haben wir die 20 für dieses jahr erreicht unser ziel und ja schön das glöckchen drücken dass wir immer alles neu von uns hören und heute die stille runde ist vorbei und jetzt geht's demnächst dann weiter vielleicht hat der bürgermeister uns noch mehr arbeit auch wenn der sehr komisch aussieht aber naja bis dann leute ciao